Mein Name ist Pauline Grabosch, ich bin Bahnrad-Sportlerin und wurde im Rahmen der Nachwuchs-Sidilite-Förderung der Deutschen Sporthilfe auch von der DFL-Stücke unterstützt. Von manch anderer findet seinen persönlichen Ausgleich in der sportlichen Betätigung. Es gibt viele einfache Übungen, die sich in den Alltag integrieren lassen, wie zum Beispiel auch die klassischen Liegestütze. Man kann mit fünf Wiederholungen starten. Und steigert sich nach und nach in den Wiederholungen. Führt man dies regelmäßig durch, startet man somit auch gestärkt und fit in das neue Jahr 2019.